X-Faktor starker Lüth, sie wird zum ersten Mal Mama. Endlich bekommt sie ihren lang ersehnten Nachwuchs. Schon seit einigen Jahren wünscht sich X-Faktor starker Lüth, 24, ein Baby. Nach der romantischen Hochzeit mit ihrem Schatz Kraich Monk im Jahr 2013 war auch die Hoffnung der Fans groß, dass die beiden schon bald einen kleinen Musikspross in die Welt setzen würden. Jetzt scheint dieser Wunsch endlich in Erfüllung zu gehen, Ka und ihr Liebster erwarten ihr erstes Kind. Sie könnten nicht glücklicher sein, voller Vorfreude verkündete die brünette Schönheit ihre frohe Botschaft nun auf Instagram. Ich habe mir Zeit genommen, um mich um das wirklich Wichtige im Leben zu kümmern. Ich darf euch verkünden, dass ich nicht nur eine Menge neuer Songs habe, sondern dass Kraich und ich im Mai zum ersten Mal Eltern werden, schrieb die Britin zu ihrem Schnappschuss. Sie sei sehr aufgeregt, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen und dabei auch von ihrer Familie unterstützt zu werden. Danke, dass ihr alle so geduldig wart, versuchte sie zudem den Frust ihrer Follower über ihre lange Netzabstinenz zu lindern. Bisher musste sich die Wand-U-Bag-Interpretin mit ihrem anderen Kind zufrieden geben, ihre Bulldog-Isaron war für so etwas wie ihr erstes Baby, wie sie immer wieder mit vielen niedlichen Fotos in den sozialen Medien bewies. Seid ihr überrascht von der Bekanntgabe ihrer echten Nachwuchs-Neves? Stimmt in unserer Umfrage ab. Überraschen euch die Baby-Nives von Kai und ihrem Schatz? Total! Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, das war doch klar. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.